Musik Meine Lieben, herzlich willkommen im Viertelfinal-Hinspiel der Europa League. Jetzt muss ich überlegen, 2014, 2015. Wir sind zu Gast in Holland, wir mussten gar nicht weit fahren. Baumanns jetzt hier mit der guten Möglichkeit. Baumanns, Rakowski, was macht er denn? Lässt den Ball liegen. Großchance hier schon für Altmaar. Nochmal Ball nach vorne. Papadopoulos, Fehlpass, Westergaard. Der Neuzugang von Madrid, der wird uns verlassen im Sommer. Yannick Westergaard geht nicht zu Manchester United wie damals. Rakowski hat den Ball nicht sicher. Was ist denn da los? Zweiter Fehler innerhalb von fünf Minuten von Rakowski. Ist er denn so nervös? Kiotake, Matausch. Matausch vorbei am Marcelis. Jetzt kommt Wiesmeier mit, der endlich wieder spielen darf. Wiesmeier war gut gedacht, aber schlecht ausgeführt. Da haben wir Markus Vollner. Einer der beiden Sechser bei uns. Einwurf Blattenhardt, der heute den Vorzug bekommen hat vor Pinola. Wiesmeier ist nicht im Spiel. Der braucht natürlich noch ein bisschen. Aber uns haben die Alternativen gefehlt. Gelbhardt hat sich den Zeh gebrochen. Ja, Maximilian Arnold ist einfach noch zu unerfahren. Kiotake. Kiotake, Matausch. Matausch hat noch ein bisschen Platz. Marcelis, das müsste Eckball geben. Erster Eckball in der Partie. Für den 1. FC Nürnberg Tabellenführer in der Bundesliga. Ich habe gar nicht geschaut, wo Altmaar steht. In der holländischen Liga. Ball kommt. Kiotake. Aber Esteban, der Keeper, der Altmaarer ist hier sicher. Ja, den kann man schlecht unterscheiden zwischen seinen Mitspielern. Weil die alle so grau-weiß sind. Er hat ein bisschen mehr Weiß im Trikot. Bäumanns. Wester, gar... Ne, Hoffmann ist es. Hoffmann muss hinterher. Hoffmann. Gute Möglichkeit für Bäumanns. Also Abwehr sieht ihm wieder ein bisschen mehr nach Hühnerhaufen aus. Bei uns da hinten. Abstoß Rakowski. Ich hoffe, er fängt sich. Oder er hat sich gefangen. Das war ja eben Vogelwild, was er da gemacht hat. Kiotake. Maher. Da haben wir zum ersten Mal gesehen. Wir sind wieder an ihm dran. Adam Maher. Es ist wieder aufgeflackert, das Interesse. War ja vor der Saison schon vorhanden gewesen. Das ist Matausch gegen Henriksen. Ich denke mal, das war kein faules Pass schon so. Papadopoulos. Schön gemacht. Das ist Wiesmaier. Matausch ist da noch nicht im Spiel. Also wir spielen im Moment einfach eine schlechte Pässe. Da ist keine Konsequenz hinter. Das ist Adam Maher. Langer Ball. Aber Rakowski. Diesmal hält er den Ball sogar fest. So, schlägt ihn ab. Er kann ja weiter Abschlüsse. Das haben wir gesehen gegen Hoffenheim. Da wurde eine Chance draus. Aus einem weiten Abschlag. Heute nicht. Papadopoulos. Lässt sich den Ball abnehmen. Bäumanns schon wieder. Ja, wir können klären. Eswein, der auch wieder dabei ist. Nach kurzer Auszeit. Matausch. Schön gemacht. Wiesmaier. Wiesmaier. Klasse Dribbling mitgelegt. Gibt keine Karte. Verwunderlicherweise. Also da muss er nochmal so einen Karton ziehen. Das war eine klasklare Chance vereitelt hier. Taktisch ist voll, wie man so schön sagt. Plattensehard sagt auch, sei lieber ruhig Junge. Freistoß Kiyotake. Da haben wir schon das eine oder andere gefährliche Ding gesehen. Heute nicht. Kiyotake nochmal. Wiesmaier. Matausch. Matausch. 1-0. Du kannst Matausch nicht aus den Augen lassen. Der ist die erste halbe Stunde komplett abgemeldet. Der trottet da rum. Wie eine Oma mit dem Rollator, mit der Einkaufstasche noch an der Seite baumelnd. Und dann ist er einfach da. Da vorne steht er noch in Manndeckung. Dann schleicht er sich weg. Ja, wo geht denn auch der Abwehrspieler hin? Das ist natürlich kompletter Quatsch, was der da macht. Aber dann ist er frei. Legt sich den Ball noch zurecht. Wartet, bis der Torwart was macht. Ihm die Ecke anbietet. Er nimmt die kurze. Und zack. Steht es 1-0. Und das sollte uns auch Auftrieb geben. Wir haben, genau wie gegen Newcastle, ein Auswärtstor zu dem Zeitpunkt schon sicher. Damals war es ein Elfmeter gegen Newcastle. Da sah das Spiel ganz am Anfang auch ganz, ganz, ganz schlecht aus. Heute, ja, sind wir auch erst sehr spät ins Spiel gekommen. Mussten eine Standardsituation haben, um wirklich diese Chance herausspielen zu können. Kiyotake. Ah, Marselli ist ganz schlechter Ball. Schlecht gemacht von ihm. Wiesmeier flankt. Gutes Ding. Aber sie können klären. So, da vorne ist wieder Bäumanns. Rüth Bäumanns nimmt Elm mit. Elm ist der beste Vorbereiter. Da muss Plattenhard was machen. Er ist nicht langsam. Er ist schneller als Pinola. Das ist in manchen Situationen gar nicht schlecht. Marsellis gegen Matausch. Abgefälschter Ball. Westergaard kommt. Oh, sehr gefährlicher Ball. Wiesmeier. Kiyotake. Klasse Ball. Aber etwas zu steil. Das war wirklich eine Situation, wie man sie nicht jeden Tag sieht. So, ja. Das sieht sehr gut aus, würde ich sagen. Die anderen Spiele haben wir drüben. Dortmund noch 0 zu 0 gegen Besiktas. Sevilla führt zu Hause. Arsenal genauso. Gehen wir mal in die Halbzeit. Halbzeit ansprachen. Ja. In der zweiten Halbzeit drehen wir richtig auf und gewinnen das Ding. Also ich kann nicht davon ausgehen, dass wir das gewinnen. Aber ich sag's einfach trotzdem mal. Dass wir hier die, ähm, Anspannung hochhalten. So. Den muss ich motivieren, den Rakowski. Ganz klar. Wir nehmen auch Hoffmann. Ähm. Bei Rakowski hat man's wirklich gemerkt, dass der am Anfang wirklich geschwommen hat. Seine Universität ja nicht im Griff gehabt. Ähm. Papatopoulos massieren. Mattausch massieren. Der eigentlich ganz gut dabei ist. Es sah vor dem Spiel schlimmer aus. Auch Hoffmann nochmal. Wir haben gute Werte unten. Stimmung ist natürlich absolut knallermäßig. Und, äh, auch das Teamwork passt. Stell, ähm, 65 von 100. Das ist in Ordnung. Ich glaube, viel höher waren wir auch noch nie. Also das würde mich schon irgendwie wundern. Kann mich da nicht erinnern. Ja, ich denke mal, ähm, ohne was zu ändern. Dann gehen wir jetzt auch hier sofort weiter. In Halbzeit 2. Wir werden dann, je nachdem, reagieren können, weil Alkmaar muss jetzt was machen. Die müssen sich hier zu Hause reinhängen. Super Ball von Tiotaki. Das ist Eswein. Eswein gegen Gorta. Eswein setzt sich durch. Geht nach außen. Flankt rein. Da steht Wiesmeier. Und es steht 2 zu 0. Julian Wiesmeier. Ja, da ist er. Da steht er. Also er hat einen Torriecher, aber er nutzt ihn nicht immer. Wir erinnern uns natürlich an die vielen vergebenen Chancen zuletzt. Er ist aber einfach da vorne immer präsent. Also du kannst die Bälle da außen hinschlagen und du weißt genau, er steht da. Und genau so war es jetzt. Und er lässt da dem Torwart keine Möglichkeit zur Abwehr. So, Chandler gegen Gutierrez. Da muss er aufpassen. Chandler läuft nur nebenher. Das ist nicht gut. Flanke kommt. Da hinten steht Elm. Und er schießt ans Außennetz. Vestergaard hat noch alles versucht. Hat sich da noch in den Ball geworfen. Kommt nicht mehr dran. Aber auch Rakowski muss da nicht mehr eingreifen. So, Abschlag. Den haben wir verschenkt. Ich war ja gar nicht mit meiner Tasse dran. Hab mich fast verschluckt. Wie einfach wir den Ball da weg schenken. Aber es ist ja Gott sei Dank gut gegangen. Wiesmeier. Super gespielt, Kiotaki. Ja, das sieht schon wieder ein bisschen eingespielter aus. Also Wiesmeier, der war jetzt zwar ein paar Wochen weg. Aber der war natürlich vorher ohne Frage absoluter Bestandteil des Teams. Wiesmeier, da man. Eswein mit dem langen Ball hat vorne Matosch gesucht. Ja, wir können mal schauen, was wir wechseln. Julian Wiesmeier ist natürlich ein bisschen müde jetzt. Der hat eine gute Note. Ich würde sagen, jetzt können wir den Arnold reinschmeißen. Maximilian Arnold ist quasi damit der Erste, der hier in die Partie kommt. Erster Wechsel. Der Rest, der kann weiterlaufen. Wir wollen ja nicht so viel verändern. Warum auch, ne? Ist ja gar kein Grund da. So, Papadopoulos gegen Bäumanns. Rall kommt jetzt zu Elm. Vorsicht, der ist gefährlich. Gutierrez. Gutierrez auf Bäumanns. Hoffmann. Und klasse Tat von Rakowski. Der war nicht einfach zu halten. Der war ganz unten links in die Ecke. Die haben es natürlich jetzt eilig, die Altmarer. Maximilian Arnold für Julian Wiesmeier. 61 Minuten vorbei. Ich meine, in einer halben Stunde kannst du noch viel rausholen. Rakowski faustet. Das hat er nicht schlecht gemacht. Da stand Plattenhardt. Also alles im grünen Bereich. Ganz, ganz grandioser Ball da von Plattenhardt. Super rausgespielt von Martausch auf Eswein. Eswein nochmal Martausch. Martausch muss gehen. Spielt nochmal raus. Ist alles ein bisschen klein klein jetzt. Eswein flankt. Aber Marcelis kann den Ball klären. Adamahe schlägt ihn raus. Das ist jetzt Bäumanns. Gutierrez. Wenn das kein Abseits ist, dann drösslich ein Besen. Gott sei Dank. Hätte ich mir aussuchen können, ob so ein haarigen oder so ein borstigen. Ist aber nicht nötig. Es war natürlich dicker Abseits. Ja, Alkma, die werden natürlich jetzt Möglichkeiten vorne suchen. Die werden auch jetzt ein bisschen mehr nach vorne werfen. Deshalb möchte ich eigentlich ganz gerne ein bisschen was wechseln. Also Eswein kann mal raus. Der ist von der Frische nicht mehr so optimal. Wir stellen jetzt ein bisschen was um. Also da kann Mally spielen. Arnold, ich bin mir nicht sicher, was wir ihn dann da wegnehmen. Ja, das ist natürlich schlecht. Also das ist natürlich nicht gut. Also da verliert er natürlich einiges von seiner Stärke. Deswegen machen wir das immer noch rückgängig hier. Ja. Plattenhardt vielleicht gegen Pinola austauschen. Ich bin mir nicht sicher. Das ist natürlich dann wieder so eine Frage. Plattenhardt hat das gut gespielt. Deswegen lassen wir das erstmal so. Papadopoulos, Vollner. Das sieht eigentlich alles relativ gut aus. Ich denke mal, wenn wir Mally hier hinstellen. Hat er eine 65. Das hilft natürlich dem Jungen gar nicht. Deswegen ziehen wir ihn mal zurück. Auf die Position. Arnold lassen wir stehen. Und müssen natürlich jetzt ein bisschen was bei der Taktik noch umstellen. Absatzfalle weg. Konterspielen. Wir gehen ein bisschen zurück hier. Müssen wir die ein bisschen einladen können. So. Pressing genauso. Ja, vorsichtig wird jetzt auch weiterhin gespielt. Aber von mir aus ein bisschen länger. Also wir können ja natürlich dann, wie eben, auch Plattenhardt die langen Bälle spielen. Und dann haben wir vorne hoffentlich Platz. So. Abschlüsse können wir auch von mir aus lang kloppen. Ne. Nö. Wir liegen ja nicht hinten. Also von daher passt es schon. So. Laufweger natürlich noch anpassen. Hier bei Mally. Der kann ein bisschen mehr zurückkommen. Chandler muss jetzt nicht mehr so viel. So. Mally kann auch hier ruhig ein bisschen vor noch. So. Der Plattenhardt auch nicht mehr so weit nach vorne. Arnold. Der soll nicht mehr so weit zurücklaufen. Ja. Matausch. Der kann sich ruhig ein bisschen anbieten. So. Kiyotaki geht auch ein Stück zurück. Ich denke mal, dann ist das eigentlich okay. Können wir uns ein bisschen angucken, was Alkmaar macht. Weil die müssen. Die können nicht mit 0-2 hier rausgehen. Maha. Maha schlechter Pass. Papadopoulos. Das ist Arnold. Arnold sucht vorne Matausch. Findet ihn fast. Okore kann klären. Chandler. Chandler vor Gutiérrez. Klasse gespielt. Kiyotaki. Das ist Papadopoulos. Wir stehen jetzt sehr weit vorne. Jetzt keinen Ball verlieren. Eswein. Eswein. Klasse gemacht. Spielt in die Mitte. Aber Marcelis. Vor Matausch. Oh. Foul jetzt von Kiyotaki. Der Altmaar-Spieler liegt verletzt am Boden. Was gibt er? Gott sei Dank nur die gelbe. Der hätte auch gern mal ein bisschen was dunkleres ziehen können. Also da ist er schon reingesprungen, der Kiyotaki. Da ist er schon im Tiefflug angekommen. Aber wir sehen es ja gut. Es war nicht von hinten. Also von daher ist es schon verdreht bei der gelbe. Da kommt Mali. Mali für Eswein. 72 Minuten vorbei. Ich denke mal, vielleicht können wir auch ein bisschen was noch machen. dass wir den guten Kiyotaki mal schauen. Der hat nur eine 4,5. Also ihn da rauszunehmen ist, glaube ich, also nicht schlau. Manuel Zeitz. Der könnte im Mittelfeld spielen. Also ich denke mal, wir könnten das so spielen. Was hat er denn auf ZM? Hat er denn ein bisschen was mehr? Da hat er eine Stufe mehr. Ja. Jonas Mali ist Spielmacher. Kann ich ihn einsetzen? Nee, kann ich gar nicht. Zeitz. Muss das dann übernehmen. Werner das kann. Das ist natürlich die Frage. Aber ich muss mir die Laufwege natürlich noch anpassen. Er soll mehr mit nach hinten gehen. Nicht so weit vor. Weil das kannst du nicht machen. Kiyotaki mit einer gelben. Wenn der jetzt dann Geldrot bekommt, dann ist der im Rückspiel gesperrt. Und das ist mir dann doch ein bisschen zu heiß. Deshalb lieber so ein bisschen auf Nummer sicher. Bäumanns. Das ist Gutierrez. Gutierrez, Kiyotaki. Super gemacht. Mali spielt den Ball nach vorne. Martausch kann da nicht drankommen. Wieder wir. Also wir nutzen das jetzt ganz gut aus, dass Altmar weit vorne steht. Schön gespielt. Das ist Martausch. Martausch nach vorne. Arnold war gestartet. Aber Johansson ist schneller. Ist flinker. Ist in der Situation einfach wacher. Aber wir stehen einfach im Moment gut. Von Altmar kommt nicht mehr viel. Die haben sich wahrscheinlich so ein bisschen aufgegeben. 77 Minuten vorbei. Mali. Schön gespielt. Aber kann geklärt werden. Elm. Was fällt den Holländer noch ein? Langer Ball. Bäumanns. Bäumanns ist aber relativ alleine. Chandler jetzt gegen Gutierrez. Den kriegt er noch. Den kriegt er noch. Jetzt nicht flanken lassen. Oh. Rakowski mit der Faust. Das war jetzt natürlich ein bisschen unkonventionell. Martausch geht wieder nicht dem Ball entgegen. Weit nach vorne auf Bäumanns. Aber Rakowski hat aufgepasst. Wieder Martausch nicht konsequent. Also was er jetzt gerade zur Zeit spielt, gefällt mir nicht so gut. Maha. Das ist Berquiz. Raus auf Gutierrez. Chandler geht hin. Klasse gemacht vom Ami. Kiotake. Arnold. Martausch. Klasse durchgesetzt gegen Okori. Jetzt ist er mal durch. Jetzt kann er mal gehen. Was macht Tim Martausch? Er schießt an den Pfosten. Der letzte Wechsel kommt wahrscheinlich nicht mehr. 86 Minuten vorbei. Oh. Da lässt sich Plattenheit überlaufen. Elm ist schnell. Da kommt Westergaard zur Hilfe. Westergaard hat ihn. Spiel den lang. Martausch. Der ist jetzt wieder ein bisschen frischer. Scheint so. Johansson. 89. Minute. Ich muss mal hier unten hin. Ich will mal, dass sie das Ding ist ausschießen. Uns ausspielen. Leute. Kommt. Ich will hier noch den Wechsel noch haben. Muss sein. Muss Zeit noch weg. Elm. Elm. Oh. Rakowski. Komm. Schlag mal raus. So. Perfekt. Perfekt. Das heißt. Alkma kann auch noch wechseln. 4 Geva. Kommt ins Spiel. Und bei uns kommt Manuel Zeitz auch noch zu 2 Minuten. Wenn es hochkommt. So. Ich will mal nicht hoffen, dass ich damit jetzt ein Gegenturm hier eingefangen habe. Weil wenn hier einer ist, der weit werfen kann, dann wird es zu einer Flanke. Da kommt der Ball. Aber Zeitz ist es, der hier. Oh. 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 Das war eine unbedrängte Ecke. Das hätte nicht sein brauchen. Da haben wir aber nicht aufgepasst. Jetzt müssen wir mal in der Mitte vorsichtig sein. Ball kommt hoch. Ah. Der ist ungefährlich. Der ist nicht gefährlich. Also Alkmaar im Großen und Ganzen wirklich schwach in der zweiten Halbzeit vor allen Dingen. Und deshalb gewinnen wir 2 zu 0 in Alkmaar. Wir können das Veckel-Final-Hinspiel wirklich zu unseren Gunsten gestalten. Zwei Tore Vorsprung. Wenn du 2 zu 0 auswärts gewinnst, also was willst du denn da im Rückspiel eigentlich noch verlieren, könnte man sich fragen. Aber gerade solche Spiele werden dann mal leicht auf die leichte Schulter genommen. Und wir sehen gerade, die Dortmunder machen es genauso gut wie wir. 1 zu 0 in Istanbul gegen Besiktas. Aber wir schauen gleich ganz genau drauf, was da passiert ist, wer die Tore geschossen hat bei den anderen Partien. Bis gleich. Ja, meine Lieben, eigentlich gar keine großen Worte verlieren. Einfach nur geil. Also wirklich, diese Mannschaft ist wieder so toll drauf. Gewinnt 2 zu 0 in Alkmaar im Veckel-Finale der Europa League. Und wir haben uns das wirklich schwer getan gegen Hoffenheim. Aber als es dann wieder drauf ankam, als es wirklich dann drum ging, sich hier eine tolle Ausgangsposition zu verschaffen, waren die Jungs einfach da. Ja, Matthausch, den hat man nicht so oft gesehen im Spiel. Aber es ist einfach so ein Typ, der ist da vorne und wehe, du gibst ihm die Chance. Wehe, du gibst ihm auch nur eine kleine Möglichkeit, aufs Tor zu gehen, aufs Tor zu schießen. Er nutzt sie auch heute wieder. Macht hier das Tor. Und Julian Wiesmeyer da mit dem 2 zu 0. Wiesmeyer hat auch noch eine Vorlage gegeben. Also er war bester Mann hier bei uns, Note 2,5. Rakowski auch. Am Ende hat er sich gefangen nach den ersten 5 Minuten, die zum Vergessen waren, wo er wirklich ganz, ganz unsicher schien. Öfters mal den Ball hat fallen lassen. Und ja, auch Chandler war gut. Der hat seine rechte Seite wirklich absolut grandios beackert. Ja, die Alkmarer waren schwach. Also auch Adam Aher, der war nicht gut. Der hat nur eine 4,5 bekommen. Er war noch einer der nicht besseren. Also er war einer der schlechteren, muss man wirklich dann so sagen. Also nur noch Viktor Elm, der beste Vorbereiter mit einer 5. Also das heißt natürlich auch schon einiges. Die waren wirklich sehr ungefährlich. Und das ist natürlich eine super Ausgangsposition fürs Rückspiel. Spieler des Spiels, trotzdem Martausch, weil er wahrscheinlich das Tor gemacht hat zum 1 zu 0. Von den Chancen her sehen wir es hier. Und auch vom Ballbesitz ausgeglichenes Spiel. Also für Alkmar geht es ein bisschen zu schlecht ab hier. Also die hätten auch durchaus ein Tor verdient gehabt. Aber wir dürfen nicht vergessen, Martausch am Ende noch mit dem Pfostentreffer. Das hätte auch gut und gerne bis 3 zu 0 sein dürfen und können. Ja, die Ergebnisse. Sevilla 2 zu 0 gegen Sporting im Hinspiel. Bernardo und Antonio Di Natale. Der spielt immer noch. Der muss noch mittlerweile auch schon knapp 40 sein. Würde ich mir gerne angucken, aber kann ihn nicht. Dortmund gewinnt durch ein Tor von Robert Lewandowski. In der 55. mit 1 zu 0 in. Uist Istanbul gegen Besiktas. Ja, Arsenal hat überhaupt keine Mühe mit Neapel. 3 zu 0. Demba Bar ist hier bei Arsenal. In der Wirklichkeit ist er ja bei Chelsea. Also ein paar Meter weiter. Das ist natürlich auch gar nicht mal so einfach für Neapel im Rückspiel. Ich würde mal sagen, unmöglich. Also wenn Arsenal ein Tor schießt, müssen die 5 machen. Also das ist dann, denke ich mal, schon gelaufen. Sieht genauso aus wie bei uns. Also Alkma dürfte theoretisch mit 1 zu 0 bei uns gewinnen. Wenn es 2 zu 1 ausgeht für Alkma, wären wir auch noch weiter. Und das ist natürlich eine tolle Ausgangsposition. Immer wieder muss man das so erwähnen. Aber gegen Newcastle wurde es auch noch mal eng. Da haben wir auch 2 zu 1 gewonnen im Hinspiel. Und dann haben wir uns da ein 1 zu 1 hingezittert. Also dürfen wir noch nicht auf die leichte Schulter nehmen. Werden wir auch nicht. So, ich will nur Spaß haben und Fußball spielen, sagt Tim Mattausch. Und am besten auch Tore schießen. Können wir noch hinten anhängen. Und ja, er ist wirklich vorne die verlässliche Größe, die wir brauchen. Auch wenn er mal nicht gut spielt. Wenn man ihn nicht sieht. Wenn er die Bälle verliert. Wenn er dem Ball nicht entgegen geht. Da kann man sauer sein auf ihn. Aber er bügelt es immer wieder aus durch ein Tor. Also da kann man wirklich fast die Uhr noch stellen. So, Fairplay. Was haben wir denn da? Wo stehen wir überhaupt? Ach Gott. Naja. Tja. Aber ich würde mal sagen, im Nirgendwo. Stehen wir hier. Gut. Verletzungen haben wir auch noch. Die eine von Sabitzer. Da müssen wir mal schauen, ob er zum Rückspiel wieder dabei ist. Ich würde es bezweifeln, aber man weiß es nicht. Ähm. Wiesmeier. Ja, haben wir gesehen. Gegen Gutierrez. Note 2,5 zu Note 3. Und dann können wir jetzt auch die paar Tage noch nutzen. Beziehungsweise den einen Tag zwischen Alkma und Köln. So. Alkma hat das Angebot zurückgewiesen für Maha. So. 10,5 haben wir geboten. Ich denke mal, wir gehen mal auf 12. Wir gehen mal auf 12. Wir können auch hier gerne mal noch irgendwas einstellen. Mal sagen. 300.000 bekommt ihr noch nach 20 Spielen. Da sind wir bei 12,3. Klingt ein bisschen knausrig. Aber man will ja nicht sofort mit der Tür ins Haus klatschen. So. Senkrecht-Starter der Saison. Da haben wir einen alten Bekannten dabei. Nämlich Tim Martausch. 4% hat er dazu gewonnen. 81er Stärke jetzt. Vor der Saison war es eine 77. Ja. Die Jungs, die über ihm stehen, das sind eher noch so die Youngster. Die noch nicht so wahnsinnig in Erscheinung getreten sind. Ähm. Rüdiger haben wir hier. Der ist auch mittlerweile bei einer 70. Aber auch schon 22. Michael Heinloth. Sieh mal einer an. Unser ehemaliger Spieler. Fähigkeit 69. Wie viele Spieler hatten der gemacht in der Saison? Mal gucken. Ja, gegen uns hat er sogar 15 Minuten gespielt. Da hat er 90, 15, 23. Ja, dritte Liga. Da spielt er öfter. Also eher dann so in der zweiten Mannschaft zu Hause. Aber es hat gereicht, um hier aufzutauchen. Auf Platz 7. Da sind wir dabei. Dann ist prima. Viva Colonia. Ja, die Höhner singen uns was Schönes. Viva Colonia. Wir haben es gesehen. Die sind absolut schlecht in Form. Die haben auch eine Mannschaftsstärke. Die ist unterirdisch. Die ist, denke ich mal, Zweitliganiveau. 770 knapp. Und ja, das ist natürlich jetzt so ein Spiel. Das darfst du zwar nicht auf die leichte Schulter nehmen. Aber du könntest ja trotzdem mal ein bisschen was machen. Inklusive schonen für die Topstars vielleicht. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Es könnte ruhig mal Arnold Wiesmeier. Der muss aber eigentlich spielen, dass er wieder reinkommt. Kann er denn da hinten auf der Seite? Na, was habe ich jetzt schon wieder für ein Blödsinn gemacht? Katastrophe. Naja. So, Wiesmeier. Auf der Seite. Ich wollte gucken, ob der da spielen kann. Ja, aber eher schlecht als recht. Also, nee, dann lassen wir den mal laufen. Ich würde mal sagen, für die rechte Seite. Dann S2, ne? Ich meine, Arnold kann ja wieder reinkommen. Ist ja nicht so das Problem. So, Pinola. Nee, Plattenhort läuft. Der hat eine Form von 15. Ja, sowieso. Wenn dann eher die Spieler, die hier so ein bisschen abstinken von der Frische. Aber das kann ich auch nicht so richtig machen. Es sei denn, liebe Leute. Es sei denn. Jetzt lasst mich mal überlegen. Ich wollte ja nochmals in meine... Diese Aktion hier unten mal starten. Hier mit elf Spielern aus elf Ländern ein Pflichtspiel gewinnen. Köln. Wie gesagt. Stärke von 777. Zu Hause. Das Spiel. Das bedeutet, wir müssten Pinola auf der linken Verteidigerposition bringen. Westergaard Hoffmann. Da müsste ich mal gucken, wen kann ich da einwechseln. Das könnte dann eigentlich der Nilsson machen. Genau. Pinola, Nilsson. Gut. Hätten wir das. Dann müssen wir in der Defensive... Ja gut, Papadopoulos. Da müsste man dann mal schauen. Defensives Mittelfeld in Vollner. Da müsste man auch noch jemanden haben, den wir da hinsetzen könnten. Defensives Mittelfeld. Das haben wir in der zweiten Mannschaft. Temi Simmonds. Vielleicht nochmal ein Spiel für ihn. Oder spielen wir mit linkes Mittelfeld, rechtes Mittelfeld und zwei Stürmern. Dann hätten wir das Problem mit Vollner weg. Da hätten wir Matosch. Könnten wir vorne reinsetzen. Und... Artyom's Rudnevs. Rudnevs ist ja Lette. Das könnte klappen. So, stellen wir das mal so. Papadopoulos alleine hierhin. Na komm schon. So. Und die Jungs jetzt ein bisschen zurückziehen hier. So, Wiesnmeyer, der verliert natürlich ein bisschen. Eswein wird wahrscheinlich genauso aussehen. Jo, aber... Das wäre natürlich mal eine geile Möglichkeit, das wirklich mal zu schaffen. Hoffmann muss hier raus. Da kommt Nilsson rein. Pinola muss auf die Position. Und hier vorne natürlich jetzt noch dann den guten Rudnevs. So, hier die schiebe ich mal noch ein bisschen nach außen. So. So. Das sieht doch schon viel besser aus. Ja, es könnte natürlich komplett in die Hose gehen, aber... Wer nicht wagt, der gewinnt auch nichts. Wir wollen dieses Ding ja hier endlich mal raushaben da hinten. So. Wir haben... Ja gut, Wiesnmeyer ist natürlich dann der Linksaußen, Rechtsaußen. Die sind natürlich auch deutsch. Also da müsste man noch was machen. Ich hatte auch eine Idee. Stießen ist Türke. Der ist Türke. Also der könnte da theoretisch spielen. Der linkes Mittelfeld ist ja sogar stärker als auf der Außenposition. So. Warte, wo haben wir denn? So. Aktion. In die erste Mannschaft verschieben. Nächstes Spiel. So. Ich muss mal gerade... Was haben die denn hier noch für Nationen? Kann man mal gucken hier. Wo haben wir denn Verträge? Ich muss mal schauen, was die erste und zweite Mannschaft noch für Nationen hat. Ähm. Kovacic. Kroate. Bietet sich an. Aktion. In die erste Mannschaft verschieben. Nächstes Spiel. Spiel. Ich hoffe nur, dass die dann danach auch wirklich dann in der zweiten Mannschaft dann wieder spielen können. Wenn dieses Spiel vorbei ist hier. Gegen Bamberg. Wird es ja sein. Das müsste ja normalerweise am Sonntag gespielt werden. So. Ja. S-Wein muss weg. Also S-Wein wird dann quasi durch Kovacic ersetzt. Der hat dann nur eine 60. Also wo könnte der denn spielen? Könnte offensiv, könnte der spielen. Für Kiyotake. Wo kann Kiyotake denn noch spielen? Der könnte rechts mal versuchen. So. Kovacic in der Mitte. Und dann links. Nicht Arnold, sondern Stissen. So. Sehr schön. Ähm. Das sieht jetzt alles ein bisschen merkwürdig aus. Aber wir haben ja ein Heimspiel. Und es ist ja auch nicht so, dass jetzt Leute auf dem Platz wären, die überhaupt nichts können. So. Das sieht doch klasse aus. Ein Lette. Ein Slowene. Ein Kroate. Ein Japaner. Ein Türke. Ein Grieche. Ein Ami. Ein Däne. Ein Schwede. Ein Argentinier. Und zu guter Letzt. Deutsche Mannschaft. Ein deutscher Spieler darf auch noch mitspielen. Rakowski im Tor. Ich finde es super klasse, wie das hier aussieht. Und ich bin sehr gespannt, wie das gegen Köln sein wird. Gehen wir natürlich noch kurz in die Taktik rein. Kovacic macht heute den Spielmacher. So. Vergleich. Da haben wir Öztürk. Meiste Tore vorbereitet. Ich würde sagen, da machen wir mal die Sonderbewachung. Und Papadopoulos, der schnappt sich vorne den Diogo. Der hat ja vor kurzem beim letzten Spieltag drei Tore geschossen. Da heißt es aufpassen, auch wenn der ihn nur 69 hat. Torriecher von 70. Ich bin sehr gespannt, wie das jetzt ausgeht. Und freue mich wahnsinnig drauf. Ja, gehen wir es an. Let's go for Herausforderung wahrlich international. 10 FM Marktpunkte wird es geben. Ich bin gespannt. Können wir gewinnen. Wird es uns dann auch angerechnet. Fragen über Fragen. Bis gleich.